Ich komme ja wieder an die Oberfläche. Ich muss jetzt aber nicht den Düsenjet abschießen, oder? Ach du liebe Zeit. Habe ich eigentlich schon abgespeichert? Stay alert. Ich kann auch crouchen auf der Leiter. Alter. Alter. Wie, 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 was, was ist da gerade passiert? Ich glaube das hat nichts geholfen. Ich glaube das hat auch nichts geholfen. Oh, ganz vorsichtig jetzt. Ah, da ist ein Panzer. Wahrscheinlich muss ich den Panzer ausschalten. Könnte ich den so einfach ausschalten? Irgendwie bringt das gar nichts. Hallo? Aber der schießt ja auf mich dann. Na super, jetzt habe ich keine Munition mehr. Hä? Wie, 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 was, was frisst der denn? Wie soll ich das denn machen? Oder ist das hier irgendwie geskriptet, dass ich da irgendwo anders hin muss? Okay, aber was mache ich jetzt mit dem Panzer? Das ist ja jetzt hier ganz nett, aber... Keine Ahnung, was ich mit dem Panzer machen soll. Ich kann versuchen auf den so drauf zu schießen. Das hat ja schon mal irgendwie so ein bisschen geklappt. Ah, dann bin ich tot. Oder muss ich den erst einmal schießen lassen? Dass ich, dass ich den... Ich habe hier sechs Raketen. Oder muss ich dann nochmal runter und Nachschub holen? Das könnte ja auch sein. Alter! Wow! Da bin ich ziemlich weit geflogen. Warum denn schon wieder so eine Kackstelle? Die hat mich schon wieder gesehen, oder? Und dann bin ich gleich mal selbst in den Tod gesprungen. Wie, wie schafft man denn diese Stelle hier? Das kann doch nicht wahr sein. Das hat bestimmt nichts geholfen. So. Einer weniger. Noch einer weniger. So, und könnte ich jetzt vielleicht... Das Ding da auch mal... Waaah... Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll... Ernsthaft? Wie soll man das schaffen? Na ja, ich probiere es weiter. Ich habe keine richtige Lösung. Okay. Bin ich zu weit weg, oder? Und dann schießt er und dann bin ich tot. Hm. Irgendwas mache ich hier grundlegend falsch. Aber ich habe... Ich habe ja die ganzen Raketen auf dem Panzer drauf gefeuert. Das hat ja nichts geholfen. Aber ich muss erst die beiden... Ah. Der hat jetzt genau da reingetroffen. Das gibt's doch gar nicht. Wie gut können die denn werfen, Alter? Das gibt's doch einfach gar nicht. Das kann einfach nicht sein. Ich versteh's nicht. Ich versteh's absolut nicht, was ich hier machen kann. Ich mein, ich kann versuchen, wie ein aufgescheuchtes Huhn hier rumzurennen. Aber das kann's doch auch nicht sein. Dann werfen die Down mit ihren Scheißgranaten. Okay. Ich speichere mal ab. Weil jetzt die beiden Typen... Ich dachte, der ist tot, ey. Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Warum, warum stirbt der nicht, wenn ich auf... Eine Rakete auf den baller? Kann mir das mal einer erklären? Der ist immer noch nicht tot, oder? Okay. Ich schätze, ich muss dann noch mal runter ins Loch. Und dann... Also gegen diese Angriffe kann ich nichts machen. Ich versteh's nicht, was ich da machen soll. Jetzt muss ich erst mal den einen Typ wieder erledigen. Aber irgendwie kann er da nicht schießen. Kann das sein? Okay. So weit, so gut. Aber wenn ich mit dem Raketenwerfer jetzt den nicht bald down kriege... Und jetzt habe ich nur noch acht Leben... Weil ich wahrscheinlich einen Kopfschuss bekommen hat. Wie viel frisst denn der? Ich verstehe... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das absolut nicht. Ich hole mir jetzt noch mal die Muni von da unten, aber... Ich verstehe nicht... Warum ich hier... Oder ist das einfach nur Verarsche und man... Man kriegt den überhaupt nicht kaputt... Man kriegt den überhaupt nicht kaputt... Aber man muss doch einen Panzer... Mit diesem Raketenwerfer jetzt kaputt kriegen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. So, ich habe noch drei Schuss. Wenn es damit nicht geht, dann war es das. Wahrscheinlich überlebe ich das gar nicht. Na gut, jetzt habe ich mich selbst gekillt. Ach, leck mich doch am Arsch. Das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Irgendwas mache ich falsch. Komme ich denn da drüben irgendwo hin? Kann ich mich da rein? Da ist doch bestimmt zu. Was ich verstehe nicht... Oder müsste ich näher ran? Oder was muss ich hier machen? Wenn der jetzt feuert, dann bin ich tot. Aber ich verstehe nicht, warum der nicht kaputt geht. Er ist kaputt. Oh, Mann, ey. Man musste wahrscheinlich von vorne drauf schießen. Kann das sein? Aber so ganz verstehe ich es nicht, was der für eine Hitbox hat. Alter. Sowas finde ich aber... Also, so gern ich das Spiel mag, aber... Sowas ist echt übertrieben. Weil ich feuere ein ganzes Magazin Raketen drauf. Oder alles, was ich an Raketen bei mir habe. Und trotzdem... Kriege ich das Ding nicht kaputt. Black Mesa Central Complex. Okay. Oh, Mann, ey. Was für eine... Ja. Komm, leck mich doch am Arsch. Kann doch nicht wahr sein hier. Da ist Heilung. So, ist denn jetzt hier mal Schluss? Das gibt's ja gar nicht. Oh, Mann, ey. Das tut mir jetzt auch wieder leid, dass das so eine lange Stelle war. Aber es gibt so diese Stellen, wo ich einfach... Naja, ich hätte von Anfang an da mehr von vorne angreifen müssen. Aber das weiß ich doch nicht. Und sowas kann man auch nur wissen, wenn man es ausprobiert. Und wenn man hundertmal stirbt. Weil man kann das nicht auf Anhieb wissen. So, es geht abwärts, nehme ich mal an. Aber die Luftangriffe haben jetzt aufgehört. Okay. Und wir haben Radioaktivität. Oh, Backe. Oh, Backe. Aber wenigstens geht's mal weiter. Ah, super. Das sieht auch nicht gut aus. Da hinten liegt einer. Naja, vielleicht haben jetzt die Luftangriffe hier auch schon die Anlage so ein bisschen zerstört. So. Kann ich nämlich... Ach du Scheiße. Ich hoffe, das ist gut so. So. Ist jetzt hier noch jemand? Ich höre zumindest nichts. Aber da sind bestimmt noch mehr. Die sind ja noch hier. Also noch haben sie den Komplex nicht verlassen. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Ich gehe erstmal hier lang. Ein bisschen Leben, das ist gut. Was macht man mit diesen Anlagen? Da steht ja High Radiation Area. Naja, gut. Aber... Was mache ich mit diesen Anlagen? So. Okay, da kämpfen wieder die... Die Viecher... Gegen die Soldaten. Da warte ich erstmal wieder ab. Und gerne dürfen die Xen-Monster auch die Soldaten killen. Oh, coole Musik. Wo, wo, wo... Der wirft immer Granaten, aber trifft hier nicht rein. Naja, soll mir auch recht sein. Okay. Okay, es scheint, dass alle tot sind. Boah. Jetzt habe ich das gar nicht mehr richtig angeguckt, dieses Areal. Muss ich jetzt in den Panzer steigen? Da ist aber keiner mehr drin, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich da reinsteigen und die Tür da aufschießen. Repair Bay Mechanized Infantry. Okay. So, die rockige Musik hat aufgehört. Aber ich höre... Viecher. Vielleicht spawnen jetzt auch neue Viecher. So. Ach, und wieder Muni für diese Laserwaffe. Ja, dann probiere ich jetzt mal hier mein Glück. Öp. Gucke ich da rein? Nicht so wirklich, aber ich... Ich probiere es halt mal. Ach, guck mal. Okay. Da hinten kommt gleich der Nächste. Da ist ja noch einer. Komm doch. Halt. Ich wollte den nachladen. Uiuiui. Ja, damit sowas muss man jetzt immer rechnen, dass hier diese Portale aufgehen. Und dass dann die rauskommen, habe ich eigentlich hier. Moment. Ich drücke immer die falsche Taste. Da kann ich ja hier wieder die Muni einsammeln. Dann. Aber ist ja noch ein, da kann ich ja...